Hi Freunde, grüßt euch. Hier auch eine kleine Restgeldsession an meinem TR5. Der geht glaube ich bald in die Auszahlpause. Ach, da drüben läuft gerade mein Alpha. Schauen wir mal. Jetzt wollten wir hier mal wieder den Dragon spielen. Das Geld weg. 80 Cent. Und da drüben haben wir das Doppelbuch noch nicht. Oh, für 80 Cent. Wo haben wir es denn? 3.Varkspotent. 4.TOR 2 4.T5 4.T7 5.T7 5.T7 Das war's. So, ist schön. Gerade beim Fimmeln. Und mit 25 Euro fangen wir gleich an. Auch nicht schlecht. Köpfchen? Ne, 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 ne. Oh, Schwarzlöckchen wär's gewesen. Schwarzlöckchen wär's gewesen. Schwarzlöckchen wär's gewesen. Na ja. Ja, das war Weilauf, oder? Jetzt haben wir Santa Fe reingekaut und da haben wir noch den Doppelprober geöffnet. Dann schaue ich auf den Santa Fe zu und dann rutsche ich rüber, falls die Skatter kommen. Dann schaue ich auf den Bordel und da schaue ich den Santa Fe. Untertitelung. BR 2018 Oh, Beispiele hier. Schwarzlöckchen. Ah, Kiste. Schade. Schwarzlöckchen. Brennerung. Tier 5 günst. Musik Musik Schade, schade, zwei Bücher Zwei Tafeln, besser gesagt Schriftrollen sind es ja, sag ich Zwei Schriftrollen, jo Jetzt ist er wieder ein Geizmodus, wo man jetzt nicht verlängert hat Sag ich doch Oh yeah, oh yeah Die ihr 5 gönnt, geiles Video Sehr schön Und Verlängerung mit Schwarzlocke Und nochmal 24 drauf, yes Geil Geil, 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 geil Oh, nochmal 32 34 Euro Ja, die A5 hat mir ein bisschen was gegönnt Das soll es auch geben, super geil Viel Spaß, ich muss jetzt hier mein Geld verzocken Und lasst mal ein Abo-Like, damit es euch gefallen hat Dort wird nichts gegeben GR5, Dragons, Treasure Hat sich gelohnt Cooles Video Und nochmal Freispiele Danke euch fürs Zuschauen, Leute Lasst ein Abo da Ja, bei mir gibt es immer mehrere Spiele auf einmal Meistens Freispiele Ja, ihr wisst es halt Ganz klar, das Alleinstellungsmerkmal ist halt so Okay, macht es gut Und vielen Dank nochmal, Freunde Ja, ihr wisst es gerne,ager Was ist es halt so ? Ja, ihr wisst es gerade Ja, ab 5ional Was wäre, ich habe Spiele